Diesen August lassen wir uns faszinieren. Es ist unfassbar schön. Gehen den Dingen auf den Grund. Ein echtes Rätsel. Lüften lang verborgene Geheimnisse. Ein fantastischer Moment für die Geschichtswissenschaft. Suchen nach den Besten. Es ist ein hochkomplexes System. Und den Außergewöhnlichsten. Manche Dinge glaubt man nur, wenn man sie mit eigenen Augen sieht. Mit Strip the Cosmos. Die fünf Besten. Es ist atemberaubend. Strangest Things. Einfach unglaublich. Und die Dracheninsel. Unsere Doku-Hallels im August. Auf Feld.